Liebe Leute, ihr fasst es sicher nicht. Ich habe für euch geschrieben ein tolles Gedicht. Nun stehe ich da und bin begeistert, dass ihr euch bemüht und was Tolles meistert. Durch euch können wir nun wirklich gewinnen, mit dem Josef Bröll ganz Österreich erklimmen. Ich bin begeistert, dass ihr euch bemüht.